Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days. Today, hello. Jasmin ist auch mit dabei und Jasmin ist mein Freund. Ich musste erstmal mein Mikrolaut da machen. Oh, Entschuldigung. Wie wollen wir das jetzt handhaben? Wir haben jetzt 20, 25. Wollen wir trotzdem los? Weil wir wollten ja eigentlich nur mal ins Brandgebiet, ne? Ey, bestimmt im Dunkeln. Ich kacke mir so jedes Mal schon in die Hose am helllichten Tag. Ja, im Dunkeln ist nicht ganz so gruselig. Da siehst du nicht, was auf dich zukommt. Äh, doch, wenn da die roten Augen auf dich zugelaufen kommen, weil die laufen ja. Ja, aber das siehst du ja erst, wenn es quasi schon vorbei ist, ne? Und ich tot bin, richtig. Ach, weiß ich nicht, ey. Ey, ich kann... Ich weiß, ich bin langweilig und ich weiß, ich bin Schisser. Aber ich... Geh drauf. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Oh, doch, ey. Vor allem, wenn die laufen. Ich werde immer nervös. Ich bin immer voll in die Spiel. Ich widersprich dir nicht, aber ich würde es halt so nicht sagen. Überspann den Bogen hier heute nicht. Du hast vorhin schon Dinger gerissen. Also reiß dich zusammen. Überspann den Bogen hier nicht. Ah, sonst kreist dir gleich der Hammer. Da gibt es doch mal was hinter den Semmel, sage ich dir. Ja, ja. Mal ganz vorsichtig, Kollege. Schießpulver müssen wir noch mal machen, ne? Ach, nee. Hattest du nicht da noch Kohle drinne? Äh, wo? Ich hab... Kohle hab ich in die... Also ich hab alles in die Kisten gepackt. Ah. Ich nehme mir mal ein bisschen noch mal was. Ja, ja. Könnt ihr mal was von meiner hart verdienten Kohle? Und das Nitrat? Ja, ich mach ja nur hier Munition für uns. Für den Blutmund. Ja, alles gut. Ja, jetzt muss ich ja schon wieder hier bauen. Und aufwerben. Aber dann kann ich endlich mal leveln. Ich würde gerne mal ein paar Punkte investieren. Ich kriege einfach zu wenig Punkte. Dann bin ich blöd, ey. Ich möchte mich dazu nicht äußern aus Eigenschutz. Ja, halt ihn. Ja, ist auch besser so. Heute für dich. Tu's ja so, als ob ich heute anstrengend war. Aufwählen. Ob man hier auch so einen Bogen reinmachen sollte. Nee, das wird glaube ich nicht. Ja, wir werden ja noch die ein oder andere Umbaumaßnahme bekommen, ne? Aha. Hm. Weiß nicht, ob das jetzt so schlau wäre, mit mir nachts hier loszufahren. Klar. Ich meine, was sollen da passieren, ja? Hier ist eine friedliche Gegend. Mhm. Was, nette Nachbarn. Kontaktfreude. Ich komme immer zum Essen vorbei. Das Brandgebiet ist so gruselig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das irgendwas, was mir Angst macht, ey. Aber es liegt nicht an der friedlichen Atmosphäre im Hintergrund, so der Geräuschkulisse. Hör auf, ey. Wenn ich jetzt schon an das Baby denke, dann kriege ich schon gerne Saut, ey. Jetzt reicht's mir aber hier. Ständig habe ich hier Probleme reinzukommen. Ja. Das wäre erledigt. Oh, hast du da jetzt was kaputt gemacht? Mö, ich habe nichts kaputt gemacht. Ich habe das doch gehört. Du hast nichts gehört. Oh, ich hatte vorhin noch so einen richtig geilen Witz, der hätte dich richtig amused, aber ich habe ihn vergessen. Ich, Jasmin, ich. Hm, ja. Nichts Neues, ne? Ja. So, wo hast du jetzt was kaputt gemacht? Hä? Nirgendwo. Ich habe hier aufgewertet. Ist doch irgendwas kaputtgekloppt. Nein. Hm, hm. Da könnte ich mich doch dran entsinnen. Hm. Jasmin, bitte. Kann ich ja nicht glauben. Du musst oben auch noch aufwerten. Das sieht ja komisch aus. Ja, ich bin dabei, aber der Beton kommt nicht hinterher. Beton. Der Beton. Beton, Beton. Hm. Ja, ne? So und so. Blatt. Hä? Ja, was? Ich habe nichts gesagt. We better? Ich habe nichts gesagt. Nichts habe ich gesagt. Rausch mich, Samsmi. Nichts habe ich gesagt. Rausch mich, Samsmi. Achso, von drinnen, ja? Keine Ahnung. Oder mit springen. Das ist ja faszinierend. Oh, jetzt habe ich wieder kein Beton. Bist du schon wieder drinnen? Äh, Alter, der will mich doch verarschen. Was bist du denn in der Bude schon wieder? Ich dachte, du wärst eben, du warst doch eben hier drinnen und deswegen bin ich reingekommen. Na, ich spazier hier die ganze Zeit draußen rum. Nee, du warst eben hier oben. Ich erlebe wilde Abenteuer hier vor der Haustür. Hm. Gar nichts los bei dir. Ja, da komme ich nicht ran. Aber da komme ich ran. Machen wir das noch fertig. Mach doch, mach doch. Ey, wenn der spucken sollte wieder. Meinst du wegen dem Beton? Beton, Beton. Alter, ey. Achtung, ich muss hier durch. Was soll das denn, ey? Weg da, ich habe zu tun. Du kannst mich nicht immer von der Arbeit abhalten. Was fällt dir ein? Santa Maria. Alter, das ist ja scheiße. Hm. Hm. Ich brauche nur mehr Niederrat und mehr Kohle, ey. Ja. Brauchst du das? Ja. Wer für eine Tiff? Müssen wir doch vielleicht tatsächlich nochmal los. Oh Mann, ey. Aber ich bin nicht im Dunkeln, ey. Warum nicht? Im Dunkeln lässt sich gut munkeln, Jasmin. Ich habe Angst im Dunkeln. Du musst keine Angst haben. Ich opfer dich. Nee, ich werde nervös und dann gehe ich drauf. Vielleicht nehme ich immer die falsche Taste. Da glaube ich rückwärts statt vorwärts und vorwärts statt rückwärts. Oh Gott, ey. Oder Diagonal statt geradeaus. Du, 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 du. Jasmin macht jetzt einen Schuh. So, trinken habe ich. So, Reparaturkits habe ich. Pfeiler habe ich. Oh ja, da brauche ich noch eins. Trinken. Boah, ich habe jetzt einen neuen Kaffee. Das sollte ja eigentlich, ne? Ich habe hier drei Wasser und fünf. Diesen Tee. Warte. Das reicht. Ja, ich denke auch. Ich bin gut ausgestattet, Jasmin. Gut ausgestattet. Der absolute Survival-Profi. So. Ach so, ey. Mein Hammer kann ja weg. Wo bist du denn? Ich bin gerade am Lagerfeuer. Und singe Lieder. Setz dich ans Lagerfeuer. Sing das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-I-R-L-E-I-D-Lied. Das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es so mit. Darum singe es doch ganz einfach mit. Ba, ba, ba. Jasmin, dein Einsatz. Nicht schlecht. Guck nicht so viel Spongebob wie du. Ne? Ich bin erwachsen. Lass mich in Ruhe. Ich kann gucken, was ich will. Ja, mach doch. Ich habe es dir ja nicht verboten. Oh, 22 Uhr, ey. Und wir fahren los, ey. Du kannst mir nicht vorschreiben, wie alt ich mich fühlen muss. Wenn du schissene Idee kommst, ey. Sag mal, welchen Spitznamen gebe ich denn dir jetzt? Hinten links war auch noch Kohle. Hätte ich, wäre ich da mal lang gefahren, ey. Hätte, hätte. Fahrradkette sage ich immer, ne? Hätte der Fuchs nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen, Jasmin. Hätte der Angler nicht gepinkelt, hätte er einen Fisch gefangen, ne? Wäre der Jäger nicht zu Hause geblieben, hätte er einen Reh geschossen. Ja. So eine Sprüche gab es damals in meiner Jugend. Oh Gott. Was denn? Nix. Du hast doch gerade meinen Namen gesagt. Ne. Ja, hab ich doch gehört. Nein. Uäh. Oh Gott. Nimm sie, nimm sie, sie ist dicker als ich. Da hast du viel länger was von. Ist ja irgendwie doof, warum fährst du mich um? Hä? Du kannst sie nicht umfahren. Hab ich schon mal versucht. Du fährst mich um. Ich fahr dich um? Äh, ich, nein. Du hast mich gerade weggebufft. Ja, sicher hast du mich gerade weggebufft. Nicht, dass ich mich daran entziehen könnte. Wieso hab ich eigentlich... Hä? Die Musik ist jetzt schon so blöd. Warum? Pass mal kurz auf mich auf, bitte. Warum? Was ist das? Sieht man die Maus? Was für eine Maus? Was hast du denn? Ich hab, äh... Ich hab... Hab ich eine Taste gedrückt? In der Aufnahme hab ich es nicht, aber ich hab am Bildrand hab ich jetzt so Scrollbalken. Keine Ahnung, was du grad willst. Du hast doch, wenn du auf Internetseiten zum Beispiel bist oder Ordner aufpasst oder so, dann hast du auch immer rechts und unten diese Leiste, wo du nach links und rechts schieben kannst, oder oben und unten. Das würde ja nicht so sein. Die Leisten hab ich gerade im Spiel. Warum? Das weiß ich auch nicht, Jasmin. Geister. Bist du noch hier? Ja. Ja. Ich folge dir auf Rad und Trab, ne? Ja, weil du so langsam bist, deswegen. Du bist langsam. Du bist... Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Warte mal. Komm mal neben mir. Okay. Auf drei machen wir ein Wettrennen, ja? Das ist Böhr. 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 Ja, gut. Fahr mal. Tschüss. Auf drei machen wir ein Wettrennen, wer zuerst beim Böhr ist, ne? Eins. Zwei. Drei. Nein. Ich hab gewonnen. Der Verlierer muss ihn töten. Ist das ein Zombiebär, ne? Der bringt uns halt herzlich wenig. Doch, äh, Nitrat, ne? Weiß ich nicht. Ey, das ist ja noch gruseliger hier. Findest du? Das ist am Tage, ey. Man sieht doch gar nicht viel. Ich mag hier gar nicht absteigen. Der musste vom Fahrrad aus hacken. Wo wollten wir denn jetzt lang? Welche Richtung überhaupt? Warte, ich guck mal auf meinem Navi. Wir können der Straße einfach folgen. Waren wir da nicht schon? Ne, wir sind letztes Mal anders gefahren. Also hier waren wir auch schon, aber letztes Mal sind wir anders gefahren. Sieht man, sieht man gar kein Nitrat oder Kohle? Ist ja jetzt ein bisschen doof irgendwie. Ja gut, wenn es, wenn es am Straßenrand ist, wirst du es sehen. Ja, gut. Aber wollten wir nicht auch zu dem Haus? Ne, doch nicht bei Nacht. Oh, oh. Hat uns nicht gesehen. Hier ist Nitrat. Ja? Ja. Nitrado. Geil. Mein Fahrrad haut ab. Mhm. So. Jetzt ist vorbei mit wegfahren. Madfreund. Aber wäre nicht schlimm gewesen. Ich habe eine Diebstahlversicherung. Ja, ja. Ich gönne mir mal einen Kaffee für die Ausdauer. So, mehr haben wir ja nicht, ne? Doch. Ich mache ja auch gerade einen Weg für hoch und runter. Da, 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 da. Wie viel Nitrat möchtest du denn haben? So viel wie geht. Okay. Unendlich. Ja, das ist für die Munition. Okay. 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 Wir müssten mal so eine Mine nachbauen. So mit Holzträgern. Das wäre bestimmt auch geil. Aber wir müssten auch... Hm? Kann man das überhaupt? Bestimmt. Aber wir müssten auch an der Basis eigentlich mal irgendwie schick bauen. Vielleicht mal so ein paar Schönheitsideale. Also nicht nur alles auf Basis und Lagerraum, sondern auch mal so eine Terrasse, Balkon, schicken mit Möbel. Erstmal müssen wir es sicher machen, dass das nicht so viel kaputt geht, wenn die Polizisten spucken oder so. Okay, da gebe ich dir recht. Erstmal muss man es sicher machen. Nee, ich hätte... Und da kann man ja immer noch nichts machen. Ich hätte ja gerne nochmal ein paar Klingpfeilen, weil die sich ja letztens mal sehr bewährt haben. Aber dafür brauchen wir halt geschmiedeten Stahl. Und dafür brauchen wir wiederum einen Schmelztiegel. Und dafür wiederum müssen wir looten gehen. Den hätten wir vielleicht beim Dings mal gucken können. Beim Händler. Ob der sowas verkauft? Ja. Ja, das wäre eine Möglichkeit. So. Ach, die Ausdauer. Jetzt ist die schon so hoch mittlerweile, ne? Aber reicht trotzdem nicht hin. Jasmin, was ist rot, glänzend und fährt den ganzen Tag hoch und runter? Hm. Eine Kirsche im Fahrstuhl. Achso, ja, den kann ich auch. Hat, glaube ich, auch schon mal erzählt. Hab ich schon erzählt? Nee. Hm. Da muss ich mir wohl einen neuen Eintrein lassen. Einen richtigen Brüller. Die ich über versteckt hatte. Achso, ja, die, äh, ja. Nee, da muss ich, da muss ich mir nochmal einen richtigen Brüller raussuchen. Jasmin, möchtest du vielleicht mit runterkommen? Nee. Was war ich denn da unten? Äh, Nitrat abbauen. Ja, nachher stürzt das ein. Na. Das Loch hab ich gebuddelt. Ja, eben. Den sag ich ja. Oh, hier kommt ein Hund. Ja, du machst das schon. Aber ich weiß nicht wo. Nee, die Kilme hier macht. Ganz Deutschland steht hinter dir, Jasmin. Nicht sichtbar, sehr weit entfernt, aber hinter dir. Ich hab ihn gehört. Ich muss mir nochmal einen Kaffee gönnen. Jetzt seh' ich weder meine Nahrungs- noch meine Getränkeleiste. Ach, das ist doch ärgerlich. Und das alles für die Zutaten deiner Munition. da. Da. Komm her, du kacke Vogel. Hau doch nicht ab. Ich weiß nicht, warum die Hunde mich immer killen. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Schon wieder. Mit was schlägst du den denn? Mit der Axt. Nimm den Schlagknüppel. Ja, du bist lustig. Wieso? Wenn ich auch einen hab, ne? Da musst du mal einen mitnehmen. Nee. Doch. Wenn ich mit dem Schlagknüppel nicht klarkomme, ey. Und wenn du einen anderen Schlagstock nimmst? Gibt ja verschiedene. Lass mich mal machen. Nicht, wenn wieder infiziert. Läuft bei mir. Kaputtes Knie, alles gebrochen, alles kaputt. Wärst du mal mit runtergekommen. Nein. Ich mach gleich nach Hause erst mal. Ich hab jetzt schon 2400 Nitrat. Ja, das ist gut. Das reicht erst mal. Warte. Äh. Hallo? 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 Ist da wer? Ist da wer? Ist da wer? Jasmin? Jasmin? Ja, ich warte. Ja, ich muss erst mal mir wieder einen Weg hoch arbeiten. Bin hier in meiner Batcave. Gefangen. Ich hab ein bisschen gerade gebaut hier, ne? Das müssen wir einmal ein bisschen angleichen. Da brauchen wir eher mal Wasserwagel, Lot, hier Bier und Motivation. No. Ah. Verflicks und zu wenn ich nur eins. Ich würde mal so spiralförmig bauen Sollen wie so ein Aufstieg Oh mein Kopf Hast du eine Schmerztablette dabei? Äh Ne Hast du Kopfschmerzen? Ja Ein Trauma Ich hab alles kaputt Da kommt er raus Ich hab Wunderbärchen Ich wollte gerade sagen Wo ist mein Fahrrad? Auf geht's zu neuen Abenteuern Jasmin Ja geil Hast du hinter mir? Hallo Bob Boah Wie kann man nicht umfahren so was denn ne? Ne kannst nicht Die kann dir aber eine klatschen wenn du auf dem Fahrrad sitzt Die smackt dich weg Hinter dir Alles gut Jasmin Du musst keine Angst haben Ich hasse diese Map Ich bin da Ey ich hasse das hier trotzdem Das ist ein Polizist Ja hab ich gesehen Links rechts Links Er hat sich gar nicht für uns interessiert Immer an den Bären vorbei Hier ist übrigens der Shotgun Messia Ja Aber zu dem wollen wir ja jetzt nicht hin Oder? Ne 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 wollen wir nicht Oh diese Geräusche killen mich ey Wollen wir hier links das Auto abbauen? Ich mein grad ist ja keiner da ne? Das würde ich mich nicht drauf verlassen Äh was ist er denn? Äh ja der ist wieder Polizist Aber der explodiert Ich komme Da kommt noch ein Vogel auch noch Wo ist er hin? Wah Hinter dir Ey was ist er denn alter? Ja er ist so ein bisschen mutiert Den hab ich So was hab ich noch nie gesehen Das kommt davon Wenn du dich nicht richtig wischst Und dann kommt auch noch Das würde Vogel mit Da kriegst du Hautausschlag Da träumst du von Boah Das war ja ein Schrecken gerade Ich glaub ich kriege hier kein Motor raus Also weiter oder was? Ja warte 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 Hier ist auch noch ein Auto Hier hab ich Öl Eine Lampe Das sieht schon mal gut aus Äh ich muss kurz mein Werkzeug reparieren Ist kaputt gegangen Aber keine Angst Ich bin nicht Arnika Unten leuchtet auch das Boot Als wenn sich das bewegt Ich hau ab Tschüss Wir fahren nach Hause Das ist so ein komischer Creeper Äh ich komm hier nicht weg Ich hab mich festgefahren Au Ich hab zweimal daneben gehauen Ja ich komm hier nicht weg Mit meinem blöden Fahrrad Dann stecke es ein Und platziere es neu Oh nein Ich bin infiziert Auch Wo bist du denn? Hier Wo ist der andere? Die sind beide tot Ich hab mich festgefahren Ich danke für deine Unterstützung Ja ich war in Panik Ich hab doch gesagt Ich kriege das nicht Wenn ich Panik hab Alles gut So Warte 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 Ich muss einmal kurz gucken Ne Der Straße folgen Oh was klingelt denn jetzt hier? Oh da kommen noch Ja links Links sind zwei Zombies Anders nicht ab im Dunkeln Falls es dir ein Trost ist Hier ist nicht immer dunkel Kann diese ganze Map nicht ab Jetzt ein Glas Honig Ne Das wäre der Shit Ich seh jetzt auch kein Baumstumpf hier Da rechts ist ein Auto Ja aber wir sind jetzt hier schon Äh Ein Gravestone Gravestone Achtung Schlagloch Jo Ich komm hier nicht vorbei Wollen wir gleich in das erste Haus hier rechts gehen? Ich muss kurz warten Mein Kopf pochert gerade wieder Ja hier wo die jetzt alle kommen oder? Vogel Na hier im Stent Tower Ja die sind jetzt gerade hier alle unterwegs Hier her Da links Äh steck mal dein Fahrrad ein Vorsicht selber Falls wir einen anderen Weg nach draußen nehmen müssen Ich will da nicht rein Ich auch nicht Äh ich hab hier Musik Dass hier der wilde Post abgeht Ich auch Ich verpiss mich Ich lauf Ja genau Da ist der richtige Weg Jasmin Ah Ja müssen die doch erstmal erledigen oder nicht? Nein wir hätten doch abfauen können Ja dann lauf ich jetzt Was Siehst du Ich sag's dir Wenn ich nervös bin kann ich das nicht Alles gut Ne nix alles Ich hab dein Rücken Ich geh hier nicht nochmal her im Dunkeln Was sag ich jetzt Jo Ist alles cool Ich hab genug Platz um deine Sachen mitzunehmen Ist nicht alles gut Ich bin kaputt Ich kann nicht mehr laufen Ja Ich bin jetzt mal in diesen Tower reingegangen Mega schnell Oh Gott das bist du Oh ich schwitze Ich hab einfach scheiß Waffen Hier muss irgendwo ein Schmelztiegel sein Oh ich erstmal werde ich hier die Ebene so ein bisschen reinigen Das können wir mitnehmen Das können wir mitnehmen Das ist egal Oh ich komm jetzt schon wieder hin Moin Ja ich komm zu dir Alles gut Ranbleiben Jasmin Achtung Ja Hier kommt jemand zur Maniküre Ich hab eine scheiß Waffe hier irgendwie Alter du hast gar keine Waffe Das ist das Problem Leerer Getränkespender Ja da war ich schon Aber die Schränke hast du nicht geguckt Achtung Ein Strahlemann So was haben wir denn noch Oh unberührt Leere Kühlbox Ich mach mal hier die Tür auf ne Oh hier geht eine Treppe nach oben Achtung Officer Schlotz Den haben wir jetzt gezeigt Ich hab nur meine Knarre mit Die wär ganz schlecht Also im Notfall natürlich okay Aber Ähm Mein Wein ist gebrochen Natürlich Das war so knapp Der wär fast explodiert Ja Ich bin da reingegangen Wo er rauskam Ja Also ich fahr jetzt erstmal glaube ich Lein nach Hause Weil meine Gesundheit ist bei 28 Okay Ich einschlag und ich bin tot Wo bist du denn Kann nicht mehr Ich kann auch nicht mehr schnell gehen Ja ich will hier noch Äh Ich guck noch ein bisschen nach dem Schmelztiegel Draußen ist übrigens richtig Bambule ne Ja ich lauf dir die ganze Zeit hinterher Alter ey Wo bist du denn Ach da war Ja hinter dir Ich kann nicht so schnell Ich hab ein gebrochenes Bein Immer noch Ich mach mal hinter uns die Tür zu Vorsichtshalber Oh cool Wo bist du denn jetzt Ich bin über die Leiter gegangen Da kommt er raus Dann liegt er down Au Ja Verstärkung Ja natürlich Die hab ich gar nicht gesehen Yo Tschüss Ich hab die auch nicht gesehen gehabt Auf jeden Fall komm ich nicht nach Ja Ich habe nix Naja Keine Waffe Nix Ja Ein Fahrrad Weil ich da einstecken würde Ja Oh Gott Shit Oh nein Ich hab keine Ausdauer mehr Ich bin auch gleich tot Das kann ich Ich hol mit dem Motorrad die ganzen Sachen Nein Ich kann hier nix vorbereiten Weil ich nix hab Oh nein Und ich werde nie wieder im Dunkeln Irgendwo hinfahren Ich hab's dir gesagt Dass ich das nicht hinkriege Ich dachte wir lernen da draußen Kriegen das hin Nix Nicht mal Licht hab ich Ja Richtig geil Alles Kein Problem Kannst du meinen auch mitnehmen Eigentlich dann Ja ja Ich nehm alles mit Ich nehme jetzt Quasi nur das nötigste An Waffen mit Und dann Äh Hol ich Unser Ja Ich hab leider nur das Motorrad Und da kannst du ja auch nur Alleine drauf sitzen Hast du diesen Schlagmetallknüppel Oder was Hm Da ist er gerade drin Diesen Schlagmetallknüppel Oder was Genau den hab ich Die Stufe 4 Dieses selbstgebauter Stab Ja Dann pack ich mir da mal einen ein Ey Ah da ist ja noch einer Stufe 5 Warte mal Nimm ich den doch Alter Ah und was ist das Drahtwerkzeug Ne Ich dachte hier gibt's noch So eine Zange Ah da Raumschlüssel Der Autos So ich hol mal meinen Moppa Und dann hole ich unseren Kram zurück Das lassen wir uns nicht gefallen Jasmin Weißt was ich auch frech fand Die Polizei war vor Ort und hat nicht eingegriffen Ey Kannst du nicht bringen ey Bei Nacht Wenn das Rambazamba ist ey Also Also war der Polizist Im Recht Dass er nicht eingegriffen hat Nein Du hast gerade gesagt Das kann er nicht bringen Wir können das nicht bringen Bei Nacht Da los zu gehen Gerade mit mir Schiss Hat er nichts geschissen Kriegt dann Ich drück dann Die falschen Tasten Ich hab dann hier Auf diese eine gedrückt Dass ich ähm Eine Sperre drin hab Und nicht mehr vorwärts Rückwärts gehen kann Dann war ich hier In der Hocke auf einmal Obwohl ich Ich bin dann nervös Ich drück dann alles Ich hatte so leichte Ausdauerprobleme Ich komm nicht mehr klar dann Ach du bist ja immer noch hier Hm Wie spät ist das Also wie viel Zeit Haben wir jetzt eigentlich schon Ja ich fahr noch ein Stück Nur 30 Okay Ja okay ey Ich wollt nicht sterben Aber ich Ich will halt die Sachen holen Wollte nicht sterben Aber ich wusste Dass ich sterbe Ja Ja wir hätten vielleicht Doch die Basis Irgendwie erweitern sollen Ich hau den gleich eine ey Was denn So wie ich es gesagt hatte Ja ne also Rückblickend betrachtet Denke ich Du hast vielleicht recht gehabt Und wir hätten Möglicherweise Steht ja nicht 100% sicher Dass uns zuhause Nichts passiert wäre Aber Gegebenenfalls hätten wir zuhause Weiter arbeiten müssen Deswegen hätte ich erstmal die Basis gemacht Und die Munition und so Damit wir dafür zwei Tage In zwei Tagen loslegen können Ja Ja deswegen will ich ja unbedingt Den Schmelztiegel haben Weil ich gern Klingfein hätte Ja Können wir nicht erstmal so Munition machen Dafür überhaupt den Gutmund überstehen Ja aber wir brauchen Klingfein Die war also Das war schon ziemlich angenehm Kann man ja nächstes Mal dann nochmal machen Aber wenn wir keine Munition haben Bringt uns das auch nicht viel Ja Gegebenenfalls hast du recht Nee nicht gegebenenfalls Ich hab recht Ich werde das einmal über Google prüfen Aber es gibt natürlich die geringe Möglichkeit Dass du mal recht hast Ich frag Google einfach Hat Jasmin recht oder ich? Ja Warte ich tipp das kurz ein Ja eindeutig ich hab recht Schade So schnell kannst du gar nicht tippen Klar mit einer Handball Mit der anderen fahr ich gerade Ich war mit dem Handy am Steuer Rebell Mach's doch sonst auch immer Ich hab nie mein Handy am Steuer Da bin ich vorbildlich Nein Klar Außer ich mach Musik Außer jetzt geht's los Na gut wenn ich Wenn ich übers Handy die Musik anhabe Dann steuere ich übers Handy Doch dann wird zusammengeschrieben Was? Das kannst du mir nicht antun Wir laufen schon wieder die Chicks hinterher Weißt du kaum bist du hier im Schlüpper auf einer dicken Haare unterwegs Ne? Da laufen dir die Weiber hier hinterher Kannst du dich gar nicht mehr vor den Chicks retten Die Babes sind scharf auf mich Verwunden Höhemaschenmodder Die bräuchte ich mal fürs Brandgebiet Weil mir ja ständig warm ist Taschenmod für Rüstung Abgrundgurtmodder Die brauche ich Die packe ich mir mal ein Wenn ich mehr Sachen gleich habe Ich hoffe mein Sprit reicht für Hin und Rückweg Hoffe ich auch für dich Ich würde ja gern Ein bisschen Benzin abbauen Aber Ich hab halt keine Zange Hm Ja Was hab ich hier Jetzt hab ich gar nichts an gerade Momentan Nö Ja Unterwäsche Ja Mal gucken wie ich mich hier richtig ausrüste Dass das hier mal So ein Idiot hat hier direkt am Gehwegrand So ein richtig tiefes Loch gebuddelt Ja Patrick Was ein Trottel Das ist saugefährlich Da muss abgesperrt werden Ist die Armbrust besser als der Pfeil? Äh ja Die Armbrust Die ähm Die Pfeile droppen nicht so weit nach unten Nehme ich die ne? Ja Wieso friere ich denn jetzt hier im Brandgebiet? Das ist doch scheiße Wenn du nicht angezogen bist Ah Ich bin so doof Ich hätte mir mal irgendwelche Lumpen überschmeißen sollen Vielleicht schaffe ich es ja noch bis zu meinem Rucksack Ansonsten ich hab noch ne Fackel bei Muss ich halt zu Fuß gehen Oh nein Du bist ja oben in der Hütte gestorben ne? Ähm Scheiße Oben? Ja Du bist ja die Treppe noch hoch Ja Ich bin hinter dir gestorben Wo die Dicke da kam Oh Hier ist ein streuner Hund Jasmin Und er hat keinen Besitzer Darf ich ihn behalten? Nein Wir sind biestig Ich hab den Hund Ein paar auf die Schnauze Hauen du Hast recht gehabt Der ist biestig Hör doch mal auf mich Ja Deswegen hab ich ihn geschlagen Scheißköter Schade dass mein Benzinkanister in meinem Rucksack ist Sonst hätte ich ihn angezündet Benzin Ich mach mal in der Zeit ein bisschen was Ich muss jetzt kurz leise sein Ich bin am Ort des Geschehens So viele Flashbacks wenn ich hier lang gehe Wird ja eh gleich hell Paranoia und Flashbacks hab ich Die hast du ja auch normal im Leben ne? Also jetzt nichts Neues Ähm Das ist jetzt natürlich sehr schön Ich geh kochen Also Hätt bereuen noch Anderes kann ich ja hier eh nicht machen Achso ja Ich sollte mir vielleicht Holz holen Weil ich das ja auch nicht mehr hab Geh mal weg Hundi Au Scheiß fiel ich doch Na Eingeschliffert gehört ja Wasser brauch ich auch nochmal Alter So wenn ich das jetzt da Warum macht das immer so komisch Klack Weiß ich nicht Klack Wie bei den Quests Weißt du Wenn du die Aufgaben erledigen musst Dieses Frage Äh Ausrufezeichen Das knallt doch dann immer so So fühlt sich das an Pst Jasmin Ich bin nicht alleine Wir müssen jetzt leise reden Ich hab Angst dass ich gehört werde Mhm So ich muss mich erstmal hier wieder ein bisschen ausstanden So Ist der da oben Fahre ich schon mein Moped da noch rein Das Lämmchen Mhm Hier hab ich noch ne Stufe 5 Schaufel Ich hab aber gar keine Stufe 5 Schaufel Hi Oder doch Ich dachte mal ich hab Stufe 6 Hm Patrick Hm Ja wer weiß das schon Ne Jasmin Wer weiß das schon Wer weiß Wer weiß Vielleicht ist das auch meine Tasche Ja Ich äh Möglich Ich hab auch ne Schaufel drin Mhm Mhm So mein Fahrrad ist voll Ich hätte auch mein Motorrad vollpacken können Aber ich denke Der Platz wird reichen Sonst muss ich halt nochmal umdiskunieren Hast du meinen Rufplatz? Äh Ne den hole ich jetzt So hier waren wir schon rüber gestratzt Da liegt ja ne Tasche Wen gehört die denn? Hm Nimm die mal mit Hat das wieder alles nicht hier Ich brauch hier erstmal essen ein bisschen Die hustet heute aber doller ey Pack mal die Knochen weg Ich schmeiß mal weg Was ich denke Was wir jetzt nicht so dringend brauchen Ne Dafür nehm ich mit Was wir brauchen Es klingt logisch Also Warn der Pad weg Knochenmesser und Speer haben wir noch zu Hause Dein Fahrrad nehm ich jetzt noch mit Hm So Das hätten wir Äh So Damit sind wir auch bei Warte mal Sag mal ruhig Nein Was Was Hier ist schon wieder irgendwo einer Ja So das war's auf jeden Fall Bei dir muss ich ständig ruhig sein Sag ich was Machst du dich ständig lustig ey So das war's aber für heute Ich hoffe ich seit morgen wieder Mit dabei Bis dahin macht's gut Tschaui Tschüss